Musika Betexte, übermütiger Junge extrem Kann ich jetzt spawnen? Ok, ich bin dran Gut Wartet noch, ja passt schon Jaja, alles schon Geht 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 Ok, spawnen spawnen, spawnen auf mir Spannend auf mich, Jungs. Ja. Von hinten kommt irgendwie was. Ruhig zu Charlie. Ruhig zu Charlie. Jo. Ruhig zu Charlie. Go, 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 go. Okay, raus, raus. Ruhig im Tunnel sind es zwei. Oben auf der Röhre ist einer. Ich gehe jetzt bei der Ausbildung zu C. Ja, zwei. Sehr schön. Ähm, pressen. Kann ich dich retten, oder? Tanz, ja. Oh. Alter, irgendwie habe ich einen Bug. Ich kann mich immer nicht selber mir Medi geben. Ist voll komisch. Man rappt sich dann irgendwie nicht, ne? Ja, das ist ganz gut. Oben, oben, pressen, oben. Egal. Ich muss erst mal zwei das machen. Ist markiert. Ich glaube, der ist schon tot. Ne, da ist noch einer links bei dem Pressen. Ich gehe Panzer aus dem Rechtsaußen. Ja. Panzer fährt heute zurück. Schöner am Head-Litchen. Einer an den Pressen. Ja. Der macht Head-Litch. In der Mitte. 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 Ja, der macht Head-Litch. In der Mitte. Ja, ich bin tot. Der ist gerade in der Mitte. Jetzt kommt er zu den, äh, Generatoren. Läuft vielleicht in meine Claim auch ein? Könnt bei mir sonst spawnen. Ah, scheiße. Bei den Pressen immer noch einer, der liegt nicht richtig. Der macht Head-Litch. Schöner Head-Litch-Posy. Ja, nice, nice. Genauso. Oh. In dem Fleckbereich, Jungs. Ja, bin ich. Bleibt noch hier an Charlie, bis wir die Delta Flake haben. Denk am Bravo. Oh, hier ist einer bei mir. Achtung. Habe ich zu spät gesehen. Sehr gut. Danke. Den habe ich, ah, den habe ich voll mit. Ich bin tot wieder. Oben auf dem Dach. Charlie, Dach, Dach. Einer. Zwei. Gesehen. Einer ist runtergesprungen. Einer oben auf dem Dach. Alter, wie die Affen, du. Wie die Affen. Ah, scheiße, die RGU hat mich noch weggegangen. Tank. Ja, war zur Außen. Da kommt mal einer an den Pressen obendrauf. Ah, der Tank hat mich verkohlt. Ab ihn. Nice. Bist du hier? Nice, nice, nice. Sehr schön. Ah, fuck. Bin tot hinter den Zügen. Bei Charlie. Okay, ist er auch weg. Sehr gut, danke. Bitte. Ne, unsere Flag ist Charlie, Jungs. Ja, ja. Geht bei dem Pressen, Olle. Ah, oben an dem Pressen, einer. Ja, bin tot. Der hat mich. Der ist noch immer oben an dem Pressen. Nein. Was, die V40-Mini? Oh, ich sehe nichts. Ups, wo bin ich denn hier jetzt? Hier ist deine Munition. Auseinander ein bisschen. Nein, ich sehe ja nichts. Linke Seite sind sie in der Mitte im Countdown gekillt. Außen steht alle. Schön halten, genauso. Das ist richtig dicke Luft, ja. Ah, fuck. Immer noch auf den Pressen, wieso? Alter, wieso holt ihr denn da keiner runter? Ich schaff's auch nicht. Wo denn links ist der oder welche Presses? Oh, jemand ist in meinen Claim auch reingelaufen. Sehr schön. Alter, ich krieg den einfach nicht. Hat jemand eine zielsichere Waffe? Ja. Habt ihr einen linken Pressen, oder? Ja, der hat einen linken Pressen. Okay. Ah, dann geh ich außen rum, sonst kriegt das nichts. Wir müssen einen Typ von der umge Hunter holen, das gibt's ja nicht. Du hast Low HP, ne? New Crash. Ja. Der ist noch immer in der Pressen. Oh, ja, ja. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist aber rechte Presse. Ich hol mir jetzt von hinten, ne. Ja. Oh, vielleicht doch nicht. Oh, vielleicht doch nicht. Oh, pass auf, rechts kommt einer, rechts kommt einer. Ja, zu spät. Ja, rechts im Gang steht einer. Komm, wir fliehen. Ach. Das ist auch kacke. Wartet noch mal in Spawnern, die anderen, die tot sind aus der Squad, bis wir an der Flag sind. Geht sich genau nicht aus, Wahnsinn. So, Winter. Ja, das ist die Scheiß-Physik bei den Quads und bei allen Fahrzeugen. So, die sehen wir schon. Okay, Spawn, Spawn, Spawn. Ich geh von oben. Zusammen rein. Ich geh von oben. Wo meine Pressen, linke Seite. Ja, okay. Ja, aber gar nicht oben. Können bei mir spawnen, ich geh von oben rein. Okay. Ach. So, den einen haben wir bei der Pressen. Ja, genau. Ich hab den anderen. Okay, ihr könnt runter. Könnt einer hier C4 einmal die Band hier wegflaschen? Egal, gut. Uh. Werner, ich kann dich nicht holen, du bist zu weit weg. Passt, John. Aber du kannst bei mir spawnen. Nein, ich kann mir jetzt. Ab zu B jetzt, oder was? Jo. Okay, dann bleib ich hier oben auf dem Rest. Zwei rüber. Ein Medik-Gun Support rüber, nach Bravo. Ich geh rüber. Ja, okay, von hinten kommen auch welche. Unten. Ja, Backset. Ja, Spaß auch von hinten. Ja. Ja, gesehen. C wird wieder geholt. Spawn of D. Alle wieder zurück zu Charlie. Die haben da aber. Sehr gut, Jungs. Sehr gut, Jungs. So muss es sein. Senden, komm her. Ich kann jetzt Medi geben. Ja, ich darf hier. Okay, von oben, von oben, von oben. Von oben. Runtergesprungen. Blüten, der ist tot, geht's auf D. Hab einen oben. Ja, sehr schön. Oh, fuck. Er hat nur noch ganz wenig HP, Mann. Ja, hab ihn, hab ihn. Sehr gut, oben ist noch einer auf dem Dach. Charlie, Dach. Alles nach außen. Okay, einer ist runtergesprungen. Bleib zurück, Jungs. Komm weg. Oh, von links, von links, von links. Ah, geht's nicht. Zu spät, scheiße, zu zweit. Ja, ich... ...gerade eine Granate geschmissen ist, das hätt ich ihn gehabt. Passt schon, passt schon. Nicht schlimm, Jungs. Ich bin drauf, es kommt um hier. Ah, shit. Der Panzer down? Wer den... Nee, er liegt doch nicht. Er liegt die Seite. Ich hab mich. Ah. Ah, fuck it, ey. Ah, dieser scheiß Panzer. An den Pressen ist einer. Jo, einer ist... Zwei sind jetzt bei den Pressen. Die Granate kommt. Falsch gemacht. Bei dem Pressen zwei. Ja. Ah, fuck. Sehr schön, der da oben ist tot. Ich bin mir da runtergerollt. Ja, sehr gut. Danke. Ah, ich bin tot, da kam noch einer rein. Ja, jetzt ist tot. Ich bin tot. Ich bin ein bisschen defensiv, damit ihr bei mir spawnen könnt. Okay. Gut. Okay, weiter geht's. Oh, fünf im Mittelgang und ne. Ab zu B. Ohne, das ist vielleicht so nicht tun. Okay, jetzt mal rüber. Ich setz noch kurz ne Claymore. Ah, Schüsse. Werner, das glaube ich dir. Was? Du kriegst Besuch, Werner, von außen. Ich bin down. Der ist angehittet beim Abgang unter den Charlie-Tunnel. Jetzt ist er bei der weißen Türen, kommt die Zoll runter. Ja. Ja. Der Trend ist viel unten. Sehr gut. Aber dieses... Die Granate war doch schreit. Was haben wir? Wir müssen jetzt jetzt B holen. Wir bleiben bei Charlie. Schwinge auf Gang. Ja. Ah. Scheiße. Ah, Schade. Hinter Container. Zu spät, sorry. Alles gut. Der kommt mit B, ist mit mir. Einer noch rüber zu Bravo mit... Ja, ich lauf mit. Ich lauf aber außen rum, weil das nix wird. Okay, wir nehmen einen. Okay, rüber wieder bitte. Ich bin in Charlie. Ja, wir nehmen noch. Einer auf dem Pressen und Charlie dort, wo ihr die Claymore gelegt habt. Wenn ihr von den Generators Richtung Pressen guckt, die erste links. Danke. Okay, einen habe ich auf dem Pressen. Weiß nicht, ob da noch einer ist. Ich habe den auch gekillt, aber er hat mich auch erwischt. Und den Generators rechts. Ich weiß nicht, wer das war. Wir hören schon die Musik. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nice, 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 nice. Ja, Mann, unser Spot ist ganz oben, weißt du was? Sehr schön gespielt. Sehr gut. So muss es sein.